Hallo und herzlich willkommen beim Übungsvideo zum Thema Matrizen. Wir werden in diesem Video zwei Matrizen miteinander multiplizieren. Bevor wir loslegen, blicken wir kurz auf die Lektion Vektoren zurück, wo wir für drei gegebene Vektoren a, b und c nachgewiesen haben, dass diese linear unabhängig sind. Dafür haben wir ein Gleichungssystem mit drei unbekannten und drei Gleichungen aufgestellt. Da wir nun wissen, was eine Matrix ist, können wir dieses Gleichungssystem folgendermaßen aufschreiben. Matrix A mal Vektor Lambda ist gleich der Nullvektor. In der Matrix A stehen dabei spaltenweise die Vektoren a, b und c. Ausgeschrieben sieht diese Gleichung so aus. Die Matrix A lautet zeitenweise minus 3, 1 und 11, 2, minus 5 und minus 2 sowie 5, 2 und 1. Mal Vektor Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 ist gleich der Nullvektor. Wir sehen in der Matrix Groß A spaltenweise die Vektoren a, b und c. Ich schreibe Matrizen wie Vektoren in runden Klammern. Eckige Klammern sind aber auch erlaubt. Wenn wir die Matrix Groß A mit dem Vektor Lambda multiplizieren, erhalten wir das Gleichungssystem, das wir in der Lektion Vektoren aufgeschrieben haben. Gleichungssysteme, die in dieser Form aufgeschrieben werden können, können mit dem sogenannten Gauss-Verfahren oder auch Gauss-Algorithmus gelöst werden. Wir werden dieses Verfahren hier nicht genauer besprechen. Nur so viel. Bis auf einige Kleinigkeiten haben wir unser Gleichungssystem in der Lektion Vektoren bereits nach dem Gauss-Verfahren gelöst. Wir haben es nur etwas anders aufgeschrieben. Jetzt wollen wir uns aber einer Multiplikation von zwei Matrizen Groß A und Groß B widmen. Die Matrix A ist unsere Matrix von vorhin, also zeilenweise minus 3, 1 und 11, 2, minus 5 und minus 2, 5, 2 und 1. Die Matrix Groß B ist gegeben mit 2 und 0, 1 und 2 sowie minus 2 und minus 1 in der letzten Zeile. Bevor wir mit dem Multiplizieren loslegen können, müssen wir uns noch anhand der Dimensionen der Matrizen A und B überlegen, ob wir diese überhaupt miteinander multiplizieren können. A ist eine 3x3-Matrix und B ist eine 3x2-Matrix. Damit zwei Matrizen multipliziert werden können, muss die Anzahl der Spalten der linken Matrix und die Anzahl der Zeilen der rechten Matrix übereinstimmen. Matrix A hat bei uns drei Spalten und Matrix B hat drei Zeilen. Wir können also multiplizieren. Das Ergebnis dieser Multiplikation, Matrix C, muss eine 3x2-Matrix sein. Ich habe folgende Frage an dich. Ist die Multiplikation zweier Matrizen kommutativ? Also dürften wir in unserem Beispiel A und B vertauschen? Nein, die Multiplikation von Matrizen ist nicht kommutativ. In unserem Beispiel können wir uns das anhand der Dimensionen überlegen. B mal A wäre eine 3x2-Matrix multipliziert mit einer 3x3-Matrix. Die linke Matrix hat zwei Spalten und die rechte Matrix drei Zeilen. Da diese Werte nicht übereinstimmen, kann die Multiplikation nicht ausgeführt werden. Wäre B wie A eine 3x3-Matrix, könnten wir die Multiplikation B mal A berechnen. Diese würde aber zu einem anderen Ergebnis führen als A mal B. Du kannst das im Anschluss an dieses Video mit zwei selbstgewählten Matrizen leicht überprüfen. Die Matrix-Multiplikation ist also nicht kommutativ. Jetzt wollen wir aber A mal B berechnen. Dazu schreiben wir als erstes die Matrix A nochmal auf. Lasse oberhalb der Matrix mindestens drei bis vier Zeilen, am besten etwas mehr Platz frei. Die Matrix B schreiben wir nämlich nicht auf gleicher Höhe mit der Matrix A, sondern verschieben sie so weit nach oben, dass unsere Ergebnismatrix rechts von A und unterhalb von B Platz hat. Du kannst dir über der ersten Zeile von A eine Linie denken, über der wir die Matrix B anschreiben. Von der Ergebnismatrix schreibe ich vorerst nur die Klammern hin. Da die Einträge unserer beiden Matrizen nur ganze Zahlen sind, können wir die Multiplikationen im Kopf ausführen. Sind die Matrix-Elemente komplizierter, ist es sinnvoll, mehr Platz für die Ergebnismatrix einzuplanen, damit man die einzelnen Multiplikationen auch aufschreiben kann. Wir multiplizieren nun die erste Zeile der Matrix A mit der ersten Spalte der Matrix B und schreiben das Ergebnis genau darunter, nämlich in die erste Zeile erste Spalte der Ergebnismatrix. Multipliziert wird wie folgt. Minus 3 mal 2 ist gleich minus 6. Plus 1 mal 1 ist 1, ergibt zusammen minus 5. Plus 11 mal minus 2 ist gleich minus 22. Minus 5 minus 22 ergibt das Ergebnis minus 27. Wir schreiben minus 27 in die erste Zeile erste Spalte der Ergebnismatrix. Um das Element in der ersten Zeile zweite Spalte zu erhalten, multiplizieren wir die erste Zeile von A mit der zweiten Spalte von B nach dem gleichen Schema. Berechne die noch fehlenden Einträge der Ergebnismatrix C selbstständig. In der ersten Zeile zweite Spalte erhalten wir Minus 3 mal 0 plus 1 mal 2 plus 11 mal minus 1 ist gleich minus 9. Weiters. Zweite Zeile erste Spalte. 2 mal 2 plus minus 5 mal 1 plus minus 2 mal minus 2 ist gleich 3. Zweite Zeile zweite Spalte. 2 mal 0 plus minus 5 mal 2 plus minus 2 mal minus 1 ist gleich minus 8. Dritte Zeile erste Spalte. 5 mal 0 plus 2 mal 2 plus 2 mal 1 plus 1 mal minus 2 ist gleich 10. Und zuletzt dritte Zeile, zweite Spalte. 5 mal 0 plus 2 mal 2 plus 1 mal minus 1 ist gleich 3. Als Ergebnis der Matrixmultiplikation A mal B erhalten wir somit folgende Matrix. Minus 27 und minus 9, 3 und minus 8 und 10 und 3. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video.